freunde und willkommen zur letzten folge freunde und willkommen willkommen zur letzten folge von let's play super strulli post 2 heute das große finale welt 6 und ihr seht schon es gibt eigentlich nur ein level und die anderen das sind wieder so bonus level ja aber jetzt legen wir los mit 6 1 bowser's final castle da sind wir also jetzt hier erst mal wieder das spiel der richtige weg so hier haben wir jetzt und mit dem feuer jetzt nein dieser controller hier der spinnt einfach die ganze zeit ich weiß nicht was ich da drücken soll der drücke automatisch keine ahnung manchmal drückt absolut nicht einfach was macht er denn da muss man sich hinstellen und dann das feuer werden es ist so klar ich hab's das gewusst ich hab ich hab's gewusst ich hab's das ist das nicht schwer das eigentlich ganz einfach aber ich bin nur zu tun und ich hab's nicht das macht jetzt auf einmal die blume da drin und wie kommt das wie kann das jetzt passieren was ist denn mit diesem level hier los sonst habe ich es immer geschafft sind jetzt schon hier genau ich bin schon drüber nein das sind das doch mit jetzt aber ich mach's jetzt einfach ohne das ding ich glaub das geht eigentlich gar nicht ich versuch's jetzt einfach mal so nein natürlich brauch ich den pswitch oh oh Oh! Wieder, wieder! Mega knapp! Schieß! Da stehe! Mit den Schalter! Ja! Ja! Das Ding hat Kimi an! Jetzt kannst du verschwinden! So! Boah! Das hier ist übrigens das Witz in der Bühne! Ja, und es gibt keines da, keins! Aber, naja! Wir waren die ganze Zeit noch zu genauen! Genau, jetzt muss man sich am Anfang hier hinstellen! Muss ich dieses Ding hier schnappen! Das sind natürlich überall Piranha-Wächler! Das sind irgendwie 3 gewesen! Das sind noch mehr! Und hier dann rein! So! Und jetzt! Kommt der finale Kampf gegen Bowser! Junior! Das ist ein bisschen schwer vor allem! Da hab ich gesagt, schieß! Dann wieder! Vor allem, man kann hier einfach in die Lava fahren! Ich find das nicht mehr lustig! Das ist ja auch nicht lustig! Das ist ja auch nicht lustig! Nein, nein, nein! Was wird der jetzt mit seinen Hammann?! Okay, aber wir haben's geschafft! Bowser Jr. ist tot! Genauso wie das Klo! Das wird jetzt noch schön verbrannt! Nun! Bin ich bereit! Mich dem Koopa-König entgegenzustellen! Mit einer Feuerblume natürlich! So! Jetzt sind auch nochmal überall Feuerblumen drin! Es geht los! Es geht los! So! Natürlich bin ich kein Feindling! Ich geh auch hier runter und kämpf mit dir hier! So! Wir haben's geschafft! Aber nein, wir haben's nicht geschafft! Denn da ist er schon wieder! Aber nun! Bowser sagt Tschüss! Wir haben's geschafft, Freunde! Er ist tot! Und es geht natürlich noch weiter mit Wild 6 2 End! Wie in Teil 1 nochmal! Bamm! 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 Mario Time! Ich weiß nicht, was Yoshi's die Kraft... Yoshi's die Kraft... So! Und? Thanks for playing! Herz! Okay! Ich lege hier einfach nochmal, ja? So! Und jetzt das letzte Level! Das kann ja dann auch nicht mal so schwierig werden! Auch nicht... Wird so schwierig werden! So! Und zwar... DIE! Fragezeichen! Oh nein! Tschüssi! Nein! 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 Was machst du denn? Ey, das ist das einfachste Level von allen, ey! Wie kann man denn da sterben? So! Tschüssi! So! Nein! Alter! Mhm! Jetzt halt nicht selbst! Komm schon! Fall da drauf! Tschüssi! Wir haben es geschafft! Oh! War es knapp! Was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn die Dinger genauer wieder zu Glück geworden wären? Wenn ich jetzt da drin wäre! Als wenn die noch Münzen wären! Okay! Aber Freunde! Wir haben es geschafft! In einer Sekunde! So! Das war es zum Spiel! Wie gesagt! Schreibt mir eure... Äh! Schreibt mir die Level! Die ich online stellen soll! In die Kommentare! Ihr könnt mir natürlich auch gerne eure Level zuschicken! Dann werde ich vielleicht ein Video darüber machen! Also, äh! Super Mario Maker Part! Das war es! Level 7 gibt es nicht! Level 10! Das gehört nicht dazu! Ja! Das ist das von dem! Das muss ich neu anordnen! Hier ist JumperCraft 1! Und die alten Level sind natürlich hier unten auch noch vertreten! Ja! Aber ich würde dann erstmal sagen! Das war es dann von dem kompletten Let's Play! Wenn es euch gefallen hat! Dann wird... Dann könnt ihr mir das ja gerne mit einem Like zeigen! Wenn nicht! Dann halt nicht! Und, ähm! Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt! Und nichts mehr verpassen wollt! Ist natürlich kostenlos! Dann, äh! Könnt ihr das natürlich auch gerne tun! Und, ähm! Ja! Wenn ihr Benachrichtigungen haben wollt! Dann könnt ihr natürlich auch die Glocke aktivieren! Schade ist euch natürlich nicht! Mir auch nicht! Ihr unterstützt mich natürlich noch! Und, ähm! Dann schaffen wir auch... Schaffen wir es auch irgendwann dort... Platz 1... Deutschland... Ja! Ich kann nicht mehr reden! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!